Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es heute um folgende Frage. Gibt es Spiritualität auch ohne Religion? Das ist ein Versuch, Spiritualität säkular zu verstehen. In unserem Sprechen, Nachdenken und Erklären kolonisieren wir üblicherweise Spiritualität, so wie eine Kolonialmacht nicht interessiert ist an der Kolonie als solcher, sondern ihr gewissermaßen die Kultur überstülpt, so stülpen wir unseren Erfahrungen, unsere Sprache über. Betrachten wir folgende Aussagen. Was ich in der spirituellen Versenkung erfahren habe, das ist die Liebe Gottes. Hier wird eine theologische Sprache verwendet für die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Psilocybin ist eine psychoaktive Substanz, die in vielen Pilzen vorkommt und bei Versuchspersonen oft spirituelle Erlebnisse verursacht. Hier ist es die Sprache der Naturwissenschaft und auch die Gedankenwelt der Naturwissenschaft, die wir Erfahrungen überstülpen. Ein letztes Beispiel, spirituelle Praktiken wie Achtsamkeitsübungen tragen positiv zu Wohlbefinden, Gesundheit und Leistungsfähigkeit bei. Hier ist es die Sprache der Funktionalität und des Gesundheitswesens, die wir verwenden, um Spiritualität zu verstehen. Spirituelle Erfahrungen können kolonisiert werden durch die Begrifflichkeiten und Modelle, zum Beispiel aus Theologie, Naturwissenschaft und Gesundheitspraktiken. Die Frage ist, lässt sich philosophisch über Spiritualität sprechen, ohne sie zu vereinnahmen, zu kolonisieren? Und hierzu habe ich zwei Beispiele, den Anfang macht die Phänomenologie. Edmund Husserl schreibt nämlich 1913 die phänomenologische Epochee, das ist die Urteilsenthaltung, Die mir jedes Urteil völlig verschließt, also alle auf diese natürlich weltbezüglichen Wissenschaften, Theologie, Psychologie, Naturwissenschaft, so fest sie mir stehen, so sehr ich sie bewundere, schalte ich aus. Ich mache von ihren Geltungen absolut keinen Gebrauch. Keinen einzigen der in sie hineingehörigen Sätze mache ich mir zu eigen. Keiner wird von mir hingenommen als eine Wahrheit über Wirklichkeiten dieser Welt. Diese phänomenologische Urteilsenthaltung ist für mich ein erster Antwort, wie sich philosophisch säkular über Spiritualität sprechen lässt. Spirituelle Erfahrungen können rein phänomenologisch zum Thema werden, wenn wir sie beschreiben ohne theologische, wissenschaftliche oder funktionale Begriffe. Wir erfahren, aber wir erfahren nicht etwas. Wir bestimmen nicht etwas als etwas. Wir erkennen nichts wieder. Wir fragen eher nach dem Wie, nicht zu sehr nach dem Was. Ein zweites Beispiel für eine philosophische Behandlung von Spiritualität ist die Kulturwissenschaft von Hans-Ulrich Gumbrecht. Wir haben uns daran gewöhnt, sagt Gumbrecht, dass es laufend um Bedeutungen geht. Das ist also seine Erfahrung mit seinen Kulturwissenschaftsstudis, dass wir in einer Welt der Bedeutungen leben und Kunstwerke oft gar nicht mehr in ihrer Präsenz an uns heranlassen. This is an attitude, both an everyday attitude and an academic perspective, that gives a higher value to the meaning of phenomena than to their presence. Also es wird immer die Bedeutung der Kunstwerke viel wichtiger genommen als ihre Präsenz. This points to a worldview, das deutet hin auf eine Sicht der Welt, that always wants to go beyond, nämlich über die Präsenz des Kunstwerks hinaus hin zu seiner Bedeutung. Gegen diese meaning-based relationship to the world fordert Gumbrecht eine presence-based relationship, also statt einer bedeutungsbasierten Verbindung sollen wir versuchen auch mal eine präsenzbasierte Verbindung oder Offenheit für die Welt zu entwickeln. Letzteres bedeutet experiencing the things of the world in their preconceptual things, in ihrer Dingheit, die vor Konzepten und vor Begriffen liegt. Beziehen wir das nun auf spirituelle Erfahrungen, dann können wir diese ohne theologische, wissenschaftliche oder funktionale Begriffe zum Thema machen, wenn wir sie in einer präsenzbasierten und nicht in einer bedeutungsbasierten Einstellung zur Welt beschreiben. Wir fragen eher dann nach dem Wie, nicht zu sehr nach dem Was. Welche Fragen bleiben bei diesen beiden philosophischen Antworten offen? Wo können wir weiterdenken? Die eine Frage ist, welche Erfahrungen rechnen wir überhaupt zur Spiritualität dazu und welche nicht? Geht es eher explizit um Erfahrungen der Einheit, also eines jede Grenze übersteigenden All-Eins-Seins in der Spiritualität? Das wäre eher ein enger oder spezieller Begriff von Spiritualität. Oder geht es in einem weiteren Begriff von Spiritualität um alles Gewahrsein, Mindfulness, unserer geistigen und körperlichen Zustände überhaupt? Wenn wir sie in der Perspektive der ersten Person wahrnehmen und beschreiben, das Gewahrsein unserer Zustände, das nicht bestimmt, nicht beurteilt und nicht wertet, sondern einfach nur erfährt. Also der engere Begriff wäre so etwas wie All-Eins-Sein, etwas Mystisches. Und der weitere Begriff von Spiritualität könnte Mindfulness sein, wo wir unsere geistigen und körperlichen Zustände nicht wertend wahrnehmen. Eine weitere Frage, die offen bleibt, was erfahren wir eigentlich in der Spiritualität von den Dingen von der Welt? Also jetzt nicht auf uns und das Gewahrsein unserer Zustände bezogen, sondern was erfahren wir eigentlich in der Spiritualität von der Welt? Und was bedeutet Gumbrechts Formulierung experiencing the things of the world in their preconceptual thingness? Die präkonzeptuelle Dingheit, was ist das eigentlich? Das wäre jetzt Ausgangspunkt für ganz neue philosophische Fragen. Die Take-Home-Message. Üblicherweise gibt es Spiritualität nicht ohne Religion oder ohne Wissenschaft oder funktionale Gedanken, denn spirituelle Erfahrungen werden meist durch diese Begriffe vereinnahmt und, wie ich sage, auch kolonisiert. Aber wir können Spiritualität ohne Religion und ohne Wissenschaft auch verstehen, philosophisch, wenn wir etwa in phänomenologischer Tradition uns jedes Urteils darüber enthalten, was wir erfahren. Oder wenn wir mit Gumbrecht die bedeutungsbasierte Sicht auf die Dinge einmal beiseite lassen, zugunsten einer präsenzbasierten Erfahrung. In der Spiritualität erfahren wir alles in seiner Präsenz noch vor jeder Begrifflichkeit und vor jedem konzeptuellen Modell. Gibt es Spiritualität ohne Religion? Das war ein Versuch, Spiritualität säkular zu verstehen. Und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy. Bis zum nächsten Mal.